Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute verkoste ich die God's Collection aus der Ox Distillery. Ich bin heute tatsächlich sehr aufgeregt im Video, weil diverse Faktoren heute zusammenkommen. Dass ich Whisky liebe, ist wohl mittlerweile bekannt. Und dass ich auch ein Fable für deutschen Whisky habe, vor allem wenn er regionalen Ursprung hat und ich da gerne mal die Fahne für hoch halte im Sinne von, wenn mir ein deutscher Whisky hier aus der Region schmeckt, dann drehe ich auch gerne mal ein Video dazu. Das ist bestimmt auch bekannt. Was wahrscheinlich den wenigsten bekannt ist, ist die Tatsache, dass ich so ein bisschen ein Fable für griechische Mythologie habe. Ich lese da extrem viel nach in meiner Freizeit und wenn ich am Wochenende mal Langeweile habe, dann kriegst du mich auch ganz einfach mit einem Hollywood-Filmchen, das sich dem Thema griechische Götter widmet. Ich schaue das unfassbar gerne. Und dann habe ich heute was hier, was irgendwie gefühlt alles miteinander vereint. Aber eins nach dem anderen. Heute geht es um die Ox Distillery in wenig Hösbach. Liegt vor den Toren Aschaffenburgs, habe ich hier im Video schon sehr oft erwähnt, weil es halt einfach Heimspiel für mich ist. Das sage ich immer wieder, muss nicht lange hinfahren. Und mein Erstkontakt zur Ox Distillery war, dass ich irgendwann mal eine Flasche von diesem Whisky geschenkt bekam und konnte erst mal mit dem Namen Ox Whisky gar nichts anfangen. Verkostet, probiert, fand ich gut. Geguckt, wo liegt denn die Brennerei? Ach tatsächlich, hier vor der Haustür. Mal hingefahren, das angeschaut. Den Inhaber, den Marco Stenger kennengelernt. Man hat sich direkt von Beginn an verstanden. Irgendwann habe ich dort auch mal ein Tasting gemacht. Und irgendwann war ich mindestens einmal im Monat dort, um mal nach dem Rechten zu schauen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass der Marco Stenger mich krass in die Pflicht nimmt. Ich bin einmal die Woche vor Ort, kriege dann jedes Mal so ein Packen an Fassproben in die Hand gedrückt. Mit der Bitte, probier bitte mal, schreib Tasting Notes und gebt mal Expertisen, was mache ich mit den Fässern. Weil der Marco Stenger noch ein Restaurant und ein Hotel betreibt, er kommt im Regelfall nicht dazu, sich seiner Leidenschaft dem Thema Whisky zu widmen. Und da helfe ich ihm natürlich sehr gerne. Ich setze mich dann am Wochenende immer hin. So habe ich es ja auch zuletzt getan mit den Fassproben. Ich schreibe meine Tasting Notes und meine Expertisen auf, was machst du mit dem Fass. Lässt es einfach liegen, füllst es in die Flasche oder füllst es in ein anderes Fass um. Und zuletzt hatte ich einen riesengroßen Pack an Fassproben. Da waren diverse Sachen dabei. Also Sachen, bei denen ich gesagt habe, lass einfach liegen, reift gut, ohne Probleme, zwei, drei Jahre gehen noch. Andere Whiskys, wo ich gesagt habe, könntest du umfüllen in ein anderes Fass. XY, um dem noch eine gewisse Komplexität zu verleihen. Und drei Whiskys waren dabei, wo ich gesagt habe, geil, Alter, in die Flasche rein. Das habe ich ihm auch kommuniziert. Da hat er gesagt, ja, können wir machen. Wie nennen wir die drei Dinge? Könnten wir eine Serie machen? Da habe ich überlegt und habe mir gedacht, ja, da ist schon was dran. Und habe halt überlegt, wie benennst du das Kind? Serie, cool. Weil da kannst du auch im Nachgang in dieser Serie andere Whiskys bringen. Und da habe ich wirklich mit diesem Hintergrundwissen, man möchte eine Serie machen, die Fassproben nochmal verkostet, die Samples leer gemacht. Und habe die mal so wirklich so einen harten Charakter zugewiesen. Wie sind die Whiskys? Wenn du es wirklich auf drei, vier, fünf Begriffe definieren müsstest. Und habe das dann tatsächlich im Hinterkopf so ein bisschen mit meiner griechischen Mythologie abgeglichen. Habe mir gedacht, ey, eigentlich passen diese drei Fässer von ihrer DNA perfekt zu drei griechischen Gottheiten. Dann habe ich dem Marco Stenger, dem Inhaber, die Idee vorgeschlagen. Er war Feuer in Flammen und hat gesagt, cool, mach mir drei Etiketten. Ja, dann habe ich mich an dem Abend nochmal ein paar Stunden hingesetzt und habe auch noch die drei Etiketten gemacht. Aber am Ende war die God's Collection aus der Ox Distillery perfekt. Und die drei Abfüllungen, die daraus resultierten, die darf ich euch heute vorstellen. Ich deklariere das ganze Video jetzt als Werbung, weil ich bin da integriert in die Fassauswahl, in die Abfüllung, in das Etikett. Also in den ganzen Prozess der Abfüllung. Hätte ich zu Marco nicht gesagt, fülle die drei Dinge ab mit dem Namen, mit dem Etikett. Werden sie nicht in der Flasche, das heißt, ich stehe mit meinem eigenen Namen dahinter. Von daher ist es Werbung. Ich bin da auch ein Stück weit voreingenommen. Wer an der Stelle wegschalten möchte, gerne tun. Wer am Ball bleiben will, ich will hier nichts verkaufen. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, wie die Dinge schmecken. Darum geht's. Fangen wir mal mit dem ersten an. Hermes, acht Jahre alt. Acht Jahre alt, gereift in einem Sherry Cask. Bei allen drei Abfüllungen muss man dazu sagen, die Whiskys sind für drei Jahre klassisch in Hex Bourbon gereift und dann für fünf beziehungsweise sechs Jahre in das finale Fass gegangen. Also du kannst hier nicht mehr von einem Finish sprechen, weil die zweite Reifung vom Zeitraum deutlich länger war als die erste Reifung. Deswegen steht hier nicht Sherry Finish drauf, sondern Sherry Cask Matured. Und bei dem Hermes, acht Jahre hier, kann ich sagen, dass es ein Oloroso-Sherry-Fass war. Acht Jahre alt, 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, trifft auf alle Whiskys zu. Wir haben hier einen hellen Bernstein-Ton. Und bei dem war es ganz spannend, weil der sollte eigentlich auch in Cask Strength kommen. Und ich habe mit dem Whisky experimentiert und ich fand in den Trinkstärke tatsächlich mit 46 deutlich aussagekräftiger als in Cask Strength. Hermes an sich, was kann man zu dem Kollegen sagen? Sohn des Zeus, gleichzeitig auch Bote seines Vaters, der Götterbote, aber auch Symbol für den Wohlstand. Und ich fand das ziemlich passend für den Whisky, denn wir trinken hochwertigen Whisky, Single Malt Whisky, weil wir uns das gönnen, weil wir uns das leisten können. Und ich fand das auf der einen Seite schon mal spannend, weil er steht symbolisch dafür, wir leisten jede Woche was, wir gönnen uns mal was. Auf der anderen Seite Botschafter für den Whisky, denn die Schotten können das gut, aber auch die Deutschen können das gut. Und dieser Whisky, deswegen auch die Trinkstärke extrem passend, der zeigt und transportiert die Botschaft, ey, Deutschland kann auch. In dem Fall, die Ox Distillery kann auch. Ja, kann sie. Super gefällig, super smooth, super mild. Der hat so wirklich vom Sherry Fass einen ganz, ganz angenehmen Stempel. Der sich hier die gewisse Grundfruchtigkeit vom Ox Whisky geschnappt hat und die einfach ein bisschen reifer gemacht hat. Der hat so einen Mix aus Trockenaprikose und Kräutern. Kräuter, florale Noten, ist für mich der Hausstil von Ox. Der kommt hier auch wunderbar noch durch, auch nach acht Jahren. Bedeutet, du hast hier kein klitschnasses Sherry Fass, das den Whisky da wirklich voll ballert mit Aromatik. Nö, der ist smooth gereift, mit einer gewissen Würzigkeit im Hintergrund, einer leicht trockenen Eichenholznote. So ein bisschen nussig fällt das aus, ja. Die Nussigkeit sowohl vom Sherry, vom Oloroso, als auch von der Eiche, die fällt trocken aus. Du hast hier einen süßen Aspekt über die Trockenaprikose und halt eben diese leichte Kräuteraromatik. Smooth. Also wenn ich es mit einem Schotten vergleichen müsste, Glen Rosses 10 in der gelben Ausstattung, so in die Richtung geht das, ne. Und das ist ja schon mal ein Ritterschlag für deutsche Whisky, wenn du mit einem alteingesessenen Schotten vergleichen kannst. Aber ich habe das oft bei den Ox Whiskys, ich durfte so viele Fassproben probieren, ich bringe da tatsächlich, wenn irgendein Oloroso Sherry Fass im Einfluss ist, oft diesen Vergleich zu Glen Rosses. Weil die Ox Whiskys in Trinkstärke genauso smooth sind und genauso entspannt vom Sherry, einfach ein sexy Motherfucker. Und der in Trinkstärke perfekt. Hat mir deutlich besser gefallen als in Fassstärke. Ich bin auch froh, dass ich mich hier durchsetzen konnte und dass der Marco den mit 46 abgefüllt hat, statt mit über 50, weil das passt. Prost. Weich, smooth, malzig, so ein bisschen geröstetes Malz, so leicht karamellige Aromen vom Gerstenmalz her, mit dieser unterschwelligen Kräuternote, ein Hauch von Pfeffer mit dabei, aber dann wirklich diese Trockenaprikose, die da voll zuschlägt und zwar sehr schön zuschlägt. Mit ein bisschen Eich hinten raus, es wird leicht trocken, es blitzt nochmal so ein Müh-Vanille auf, aber einfach smooth, einfach rund, einfach schön. Und das ist das, was ich meine. Ich habe den genauso probiert und habe mir gedacht, ey, ohne Scheiß, der transportiert einfach diesen, wir machen in Deutschland einen Whisky, der schottisch inspiriert ist, der transportiert das perfekt. Und wer könnte es besser transportieren als der Hermes? Und er macht seinen Job gut. Super Teil. 46 Volumenprozente und Point. Chapeau, Marco. Er produziert ja letztendlich den Stoff, ne? Also super. So, der Zweite im Bunde, beziehungsweise die Zweite. Persephone. Habt ihr da schon mal von gehört? Persephone ist die Tochter des Zeus, gleichzeitig auch die Göttin des Frühlings. Passt ja aktuell. Hat sich aber irgendwann mal in ihren Onkel verguckt, in den Hades. Und ja, dann war es vorbei, ne? Seitdem gilt Persephone auch als die Königin der Unterwelt. Und ich fand es bei diesem Whisky spannend, denn du hast den einen Aspekt über Tochter des Zeus, Göttin des Frühlings, frisch, fruchtig und hell. Auf der anderen Seite Hades inspiriert, geht in eine deutlich dunklere Richtung. Und als ich den probiert habe, das hat für mich so wie Kopf auf Arsch gepasst, den Namen dem Whisky zu geben, die Gottheit dafür zu vergeben. Es war einfach stimmig ohne Ende. Neun Jahre ist er alt, ein Jährchen älter. Natürliche Fassstärke 53,1 und der Whisky ist die meiste Zeit in einem Portweinfass gereift. Das siehst du natürlich auch an der Farbe, ne? Wir haben hier ein sattes Rotgold. Kein Wasser drin, also keine Trinkstärke. 53,1 ist nach neun Jahren noch die Fassstärke. Portweinfass Einfluss für lange, lange Zeit. Also diese erste Bermfassreifung ist bei allen eigentlich nur über die Mindestreifezeit Phase gewesen. Drei Jahre, dann ist es Whisky und dann ausgehend davon in die verschiedenen Fässer, ne? Auch hier der Fall. Hier halt eben in Port. Persephone. Und du riechst, dass der halt einfach fassstark ist, weil Alkohol ist ein Aromenträger. Ich meine, beim Hermes passt das. Die Trinkstärke passt perfekt. Ich habe den auch runterverdünnt. Die Persephone war runterverdünnt. Lasch. Die hat erst geliefert in Fassstärke. Dann kam sie um die Ecke geschissen und hat gesagt, hier bin ich. Hades nimm ich. Ja, mache ich. Ich bin zwar nicht Hades, aber... Ach. Der hat so krasse Röstnoten. Also war es noch karamellisiert beim Hermes, ist es hier verbranntes Gerstenmalz. Hat so ein bisschen was von Chocolatemol tatsächlich. Weil du hast auch über die Eiche so eine gewisse schokoladige Note, die Nuancen von Zartbitter hat. Dann kommt da eine rote Fruchtnote um die Ecke. Das ist schon heftig. Auf der einen Seite süß. Auf der anderen Seite auch ein bisschen herber. Also Hagebutte, ja, die riechst du sofort. Der hat so ein bisschen Grund-DNA von einem Bunna Heaven 12, würde ich mal sagen. Auch die Hagebutte so als Vergleichswert genommen. Aber halt viel mehr Eiche in einem annehmbaren Maß, das so Zartbitteraspekte hat. Aber auch so eine Kirsche. Aber die Kirsche, wie nennt die sich, die man auf so Desserts drauf macht? Diese gezuckerte Kirsche. Die Cocktailkirsche, die ist es. Die Cocktailkirsche. Das. Schönen Pfeffer, der das Ganze in Kombination mit der Fasssträge einfach vorwärts bringt. Rauch hat der keinen. Oder sie hat keinen. Aber der ist schon sehr intensiv in der Nase. Was ich spannend finde, je länger du dran riechst, desto mehr kommt da so ein bisschen so ein Spritzer Limette, Spritzer Orange durch. Also so helle Fruchtaromen, so säuerliche, helle Fruchtaromen. Und das ist so der Kontrast, den ich bei dem Whisky hatte, als ich ihn verrochen habe. Du hast das Malz mit einer Röstbasis, verbranntes Malz, aber auch die Limette, die Orange, so hellere Fruchtaromen, ein bisschen säuerlich. Aber dann kommt die Zartbitterschokolade, auch so eine Walnussaromatik, so gesetzte Nussigkeit, die Dunkelfruchtigkeit, so das Dunkle. Dieser Kontrast aus beidem. Deswegen lag für mich die Persephone eigentlich auf der Hand. Jetzt habe ich sie im Glas. Prost. Jo, also maximal angeröstetes Gerstenmalz als Basis. Darauf baut sich Gewürz auf, so ein bisschen Nelke und Pfeffer. Und dann kommt die rote Fruchtigkeit. Wirklich so ein Mix aus dieser süßen Cocktailkirsche, aber auch diese Hagebutte. Die Hagebutte wird im Abgang relativ kräftig. Die Zartbitterschokolade kommt mit dazu. Es kriegt auch so einen Hauch von Anis, würde ich mal sagen, so ein bisschen was Kühlendes. Hast aber auch noch so ein bisschen Spritze Orange mit am Start. Also ich finde den sowas von ausgewogen und sowas von geschmeidig in seiner Fassstärke, dass man da überhaupt kein Wasser reinmachen will. Der ist sowas von süffig. Ich finde den on point. Und diese Malzigkeit, die hat so einen krassen Röstgrad gefühlt in der Nase, dass man meinen könnte, der hätte Mühe Rauch. Was er aber nicht hat. Aber er ist sehr schön. Persephone, Gespielin des Hades. Hades, apropos Hades, so heißt der Nächste. Bruder des Zeus, Gott der Unterwelt, von seinem Bruder verbannt. Ich glaube, zu Hades muss ich nicht allzu viel sagen und der Name ist ehrfürchtig, denn du hast quasi drei Obergötter. Zeus, Posadon und Hades. Und wenn du irgendwo Hades drauf schreibst, dann sollte es schon eine Waffe sein. Und der Kollege ist tatsächlich heavily peated und reifte die meiste Zeit seiner neun Jahre in einem Rotweinfass aus dem nördlichen Bordeaux in Frankreich. 51,7. Auch hier Natural Cask Strength. Der hat ein bisschen mehr Angel Shale im Fass gehabt. Und der hat schon einen satteren Ton. Das ist ein Mahagoni. Also heavily peated in Kombination mit Rotweinfass. In Fassstärke, kein Farbstoff, auch hier. Äh, ja. Also als ich den als Fassprobe hatte, ohne Scheiß. Da gibt es auch, da könnte ich ein ganzes Video über die Historie von dieser Fassprobe drehen. Habe ich gekriegt, habe ich zu Hause probiert. Ich hatte einen Ständer, das kann ich hier an der Stelle so sagen. Und danach habe ich zu Marco gesagt, ey, ich brauche nochmal eine größere Fassprobe von dem Ding, weil einfach geil gewesen. Und da habe ich diverse Freunde probieren lassen. Ich habe einfach nur einen geschenkt und habe gesagt, riech mal rein, sag mal, wie findest du? Und da haben tatsächlich alle gesagt. Alter, krass. Ist es ein Lagerwuhlin? Ist es ein Lagerwuhlin? Ja, ich hatte schon mal einen, der raucht fast genauso. Ey, krass, ey. Vielleicht ein Kalila, aber ich denke schon, es ist ein Lagerwuhlin. Wahnsinn. Was ist das für ein Eiler? O-Ton, meine Freunde, alle. Und ich gehe da völlig mit. Der riecht maritim, der riecht frisch. Das rauchige Gerstenmalz, das kam aus Schottland. Ja, das kam auf jeden Fall aus Schottland. Ich weiß nicht, wo das Maritime herkommt. Ich weiß nicht, ob der Marco Stenger oder sein Vater, der Dieter, irgendwann mal bei Port Ellen Maltings auf Eiler Malz kaufen durften, weil es riecht einfach danach. Das riecht wie ein Eiler Whisky. Alle meine Freunde haben gesagt, das ist ein schottischer Insel Whisky und er riecht auch so. Kein Mensch kommt drauf, dass der in wenig Hösbach destilliert wurde. Und da kommt halt das Rotweinfass mit seinen Aromatiken. Du hast hier wirklich so eine beerige Note, so vollreife Weintrauben. Du hast eine schöne Würzigkeit vom Fass an sich. Mit einer leicht vollmilchschokoladigen Eichenholznote. Das Ding ist einfach, das ist Porno im Glas. Ohne Scheiß. Ich habe mir der Oxys Sillery selbst schon einen Whisky abgefüllt, der Goosebumps. Ich hätte mir gewünscht, dass der hier Goosebumps 2 wird. Jetzt ist er Hades. Es ist völlig in Ordnung, dass er Hades ist, weil er repräsentiert diesen Obergott einfach in Perfektion. Das Ding ist einfach geisteskrank. Das Ding ist einfach geisteskrank. Der hat so Kräuter. Der hat schokoladige Noten. Der ist nussig. Der ist malzig. Der ist süß. Der hat Asche. Das ist unglaublich, wie komplex der auf der Zunge ist. Der könnte noch ein bisschen mehr Alkohol vertragen. Ich meine, er hat nur noch 51,7 nach den neun Jahren. Der könnte auch noch acht Volumenprozente mehr haben. Da würde es noch mehr vorwärts gehen. Du hast wirklich so einen Mix aus aschigem, kräuterbetontem Rauch. Und dann spielt sich da alles die Karten zu. Das Weinfass, dem eine gewisse fruchtige Süße gibt. Die Arche, dem Whisky eine gewisse Schokoladigkeit gibt. Diese Röstmalzbasis an sich. Diese Kräuterbasis an sich vom Ochs. Das ist hier auch alles drin. Aber hier passt es einfach wie Kopf auf Arsch. Das ist einfach unfassbar geil. Da könntest du ewig dran riechen. Und du könntest ewig dran trinken. Das ist einfach unglaublich. Also ich glaube, das wird Hades auf jeden Fall gerecht. Ehrfürchtig haben wir hier diesem Gott einen Whisky gewidmet. Das wird ihm auf jeden Fall gerecht. So, Dauerwerbesendung ist vorbei. Schön, dass ihr noch am Start seid, wenn ihr bis dahin geschaut habt. Guckt einfach mal im Shop von der Ochs Distillery. Da soll es dir Dinger geben. Ich glaube sogar im Bundle, wenn ihr Bock drauf habt, holt euch was. Wenn nicht, auch okay. Ich finde die sehr gut. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.